hallo und herzlich willkommen hier zweiter folge hier der auspeter wochenende 5 6 6 6 6 wochen 6 ja nacht habe ich ein bisschen abgebaut ja und wird hier mit dem kochstelle erweitert ja das habe ich getan die stein abbauen hier so heute geht es darum dass ich jetzt ja die nähe umgebung ist ein bisschen schwierig weil ja bis da wird gekommen und erkannt unwetter so nun geht es ja darum machen wir jetzt ich suche mal noch eine höhle ich habe hier keine gefunden dort oben ist eine was ich weiß gibt aber nicht viel eisen ich baue um eisen bauen zu können aber die werkbank die kann ich noch nicht bauen aber trotz all dem will ich jetzt hier rüber du siehst und ich gehe da rüber und geht es dann da lang muss ich mal sehen und ich gehe mal kurz hier rüber zur katze geht da und dauert lang nicht und gerade waren wir schon da ist auch noch nicht weit weg da würde ich aber erst wenn ich hier kleben bin also prinzip sagen kann okay jetzt sicher nicht die kapsel war wo der richtung ja wenn die witter kommt oder schwurm gewitter ist schlimm weil gewitter bringt der prinzip nur schwierigkeiten wegen glitz und donner wird eher wegen feuer oder weniger aber da muss man halt sehen dass wir das rechtzeit zurückkommen ja ich bin glaube ich level 7 gucken wir mal unser gepäck was da lassen können habe ich gemacht wegen der wölfe und der raumtiere ja da muss man ein bisschen sortieren also steine müssen können wir drin behalten wegen der werkzeuge hier das ist ja noch alles auch stein ein bisschen holz für aber warum nicht faser brauchen wir auch nicht so viele stecker wegen feilen neue herstellen wahrscheinlich das können wir auch hier aus dem faser gegen ruckzock äh trinken wir mal gleich was das ist noch mal da ah hier gesundheit so oder wenn man was flüssiges zu mir nehmen bis hier ist kein tier hängen geblieben ja gut ist halt so ne dort ist eine flache stelle wir wissen ja genau die richtung gehen und katzel und dann nachher richtung bergwand und dort entsprechend äh in der hoffnung wird es finden ne also und nebenbei kann ich ein bisschen jagen schnell schwimmen ne Wasserprobleme haben wir eigentlich keins wir haben mehr als genug unsere Piranhas hier wollen schön aus dem weg gehen ja langbogen ist mein ziel längerfristig gesehen waldbären dann ist es da auch mehr faser nicht kriegt da kommen das sieht schon ganz schön rapidiert aus was ich so gelesen habe ist wenn man jetzt hier die mission hat und man schafft das nicht rechtzeitig zurück man kann auch die mission nicht abschließen aber wenn man dann so spät da ist dann fliegt die schaffte erledigt also dann ist vorbei mal neu erstellen dann muss ich genau überlegen habe ich das habe ich nicht und wenn ich es nicht schaffe lieber abbrechen und dann für keine beute oder so oder kein SP behalten allenfalls dann bevor das komplett die Hose geht heute mal heute gelesen und gestern oder heute gestern glaube ich ja wenn ich mein glück habe bei dem Ding bauen für Sauerstoff bei Gelegenheit Standfackel schon mal von Pfingst besorgt Leder Quatsch Schwefel werden wir mal Schwefel einmal im Bock mitnehmen sicher sicher das Spiel ist flüssier geworden also ich kann mich täuschen ich hoffe das Verbindungsprobleme nicht irgendwann vorliegen also Stein brauchen wir jetzt kalt abbauen das kann ich nachts machen wir müssen nur bisschen Sauerstoff mitnehmen beide wie fast alle die bräuchten auch nicht ein Pferd normalerweise ne um mit A nach B zu kommen das war eine schöne Sichtweite können wir uns die Gefahr rechtzeitig erkennen um geben zu ein Wolf sind kein Problem wenn man da noch hin kommt ist das schon mal näher was da steht wie gesagt wir fackeln brauchen wir das für später für Sauerstoffgerät auch Sauerstoffgerät haben wir das Problem mit Sauerstoff nicht mehr dazu nur ein bisschen was erst lassen sieben wir müssen spätestens das wollte ich mal gleich machen Talentpunkt noch gar nicht mal das ist jetzt gar nicht mal so wichtig also hier da kommen da geht noch nicht warum weiß ich keine Ahnung also aber ich würde wie gesagt hier schneller Flug oder hier Laden jetzt können wir es hier auch machen theoretisch aber das Buch ist wichtig für Achernamunter 8 ja gut ok da war noch ein Buch aber so ein Buch kann man Talente besser nutzen das ist ja auf Dauer ja auch nicht schlecht wenn man das kann mit Leichtigkeit mit Leichtigkeit größer Schatten ist auch wie ein Bär ich brauche dringend eine Höhle mit Eisen irgendwann ist das notwendig und wir haben glaube ich Glück das sieht so aus oder wir haben es Wein auch wenn ich jetzt kein Eisen aber ich kann Eisen mitbringen weil ich brauche sowieso wenn wir die Werkbank haben dann können wir äh späterstens die Amboss herstellen dann können wir auch niegeln und dann müssen wir eine Eissstraße noch ja klar mal rein was wir an Ressourcen haben jetzt eine recht große Höhle ja im Dach einmal Eisen zweimal dreimal Kupfer Eisen also ein bisschen haben wir schon hier also das würde auch zum Anfang reichen würde ich meinen mal schauen ob es in der Karte zu erkennen ist ganz wichtig vorne ist ja nichts da ist doch gar nicht ich gucke mal eine Karte rein äh von da ah gut markierpunkt gemacht auf zurück wird die Zeit ja blöd aber das versuche ich mich jetzt können wir zumindest bei Gelegenheit mal äh wo der Strom nicht ganz so gefährlich ist ne ah zu gefährlich die Hütte brecht deswegen nicht zusammen also die Hütte brecht deswegen nicht zusammen aber wir sind in Gefahr wir müssen uns trotzdem Sicherheit bringen äh wir brauchen auch schon eine Fackel erstellt mal eine D-Fackel aber in der Höhle in der Sicherheit in der Höhle Z-Fackel und hohen Fackel haben wir noch achso ok äh zweimal wir können Schiffe gefunden haben achso ok dann nein ich weiß nicht ich könnte auch ein Lagerfeuer nehmen Aber im Lagerfeuer wird ja... wird ja nicht... wird ja nichts... Aber ich finde wie das... wie das funktioniert... wenn die Bäume so umfallen... das ist ja Wahnsinn... Hauptsache werde ich nicht erschlagen... das muss man sich nicht erreichen... wieder rein... Da muss man aktivieren... Ein bisschen Licht haben... Die nächste Fackelkabel da auch... Machen wir eine Leuchtung... Jetzt gehen wir wieder auf... Wir wollen ja da Licht haben, wo wir Eis da haben... Das reicht ungefähr... Dann... Mit Eisenabbau können wir auch XP bekommen... Macht ja ein 70 ungefähr... Das ist nicht berauschend viel... Aber... Du nimmst mit, ne... Dann können wir auf die Hütte zurückgehen... und da entsprechend... Ja... Alle... Zumindest nicht mehr... 7... Naja... Dann habe ich hier noch ein bisschen was... Genau... Von der Nase... So... Schöner werden... Genau... An der Nase... Mit einer Hütte was wäre... Vielleicht ist da auch eine Höhle... Mal gucken... Mal gucken... Dann hat er noch ein bisschen was... Also ein bisschen was... Sehrまあ... Jetzt kann man die Hütte reparieren, wenn die Hütte rausgehen müssen oder bei Regen, bei Wind, bei Strom ist das nicht ganz gefährlich, aber es kommen ja nie zu Potten, ne. Da hat auch noch was, wir müssen sparsam angehen, wir hatten zu viel. So, mal reparieren, wenn wir es können, ne. Bevor die Beeren schlecht werden, schlocken, ne, schlocken ist gut, wegnehmen und konsumieren. Dann müssen wir ein bisschen was näher sorgen, dass wir was zu essen kriegen, nicht. Überladen will ich mir auch nicht. Schlecht, kommen mit schlecht unterwegs, können wir in Gefahren, die sind jetzt nicht weglassen. Ja, machen wir wieder nicht, ne. Jetzt haben wir nochmal eine gekriegt. Jetzt haben wir 44. Naja, es geht doch darum, dass wir mindestens... Irgendwo rennt das jemand fest. Noch können wir nichts mit anfangen, aber wie gesagt, irgendwann ist es soweit, ne. Schlecht, ne. Glauben wir mal den Blocken. So. 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 9 Brocken, ok wir sehen dann näher uns auch 100 Kilo so vielleicht gibt es auch einen Weg hoch das sind die da oben ah seh darf nix darf nix Kohle vor dem Main und für die Fackel weil aber Kohle wäre nicht so wichtig da reichen die drei Länge aus so oh so bücken nicht verstohlen gut gut sollte alles sein da war noch ein kleiner Stückchen aber das ist immer nicht tragisch mal stehen mal stehen mal reisen gut 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 dann nehmen wir die E-Folze haben brennt die ganze Fackel das ist ja Lichtschein das ist ja Lichtschein halt mitnehmen mal nicht und mal mal nach deswegen lieber mitnehmen jetzt. haben wir alles dabei, wir haben jetzt dabei Oxid mal reinpacken dann Eisenerz, Schwefel, bisschen Kohle haben mit dabei, ich habe noch einen Schluck neben mir der sieht ziemlich dürstig aus, jetzt halt nun ganz schön noch das ist nicht gut so, kommt wieder vorbei und da geht es zurück zur Hütte ja, nehmen wir den Rand am berg lang Sauerstoff werden wir jetzt nicht mehr mitnehmen, ne, schon fast an der Grenze, dass wir uns vertragen können wenn uns einer mit entgegenläuft, ach herrlich ne klar von der Warte, von der Entfernung ist es ein bisschen abgeschwächt, also von daher ist es, sonst könnte man das nicht so sehen, sonst wäre das ein bisschen mehr Bäume an sich und so, ne, geht ja um die, was ist möglich von technisch gesehen, ne, oder die Grafik gerade, ja, ja, Scanningzone, da guckt man gerade rein, der Punkt ist da Spiele aus, Landungsschiffspieler, ja, ok da ist die Hütte irgendwo dann muss ich hier am nächsten Mal weitergehen, wie gesagt, aufrüsten der Hütte auf Stein, dann können wir auch weitere Wege wagen, vielleicht noch zumindest Stoffkleidung anziehen, also herstellen, bisschen mehr Schutz und im weiteren Verlauf, ja, vor allem besser Werkzeuge, ne, Steinhütter aber zuerst, dann können wir die Nägel herstellen aber das können wir erst machen, wenn wir sobald hier das, äh, ja, Kommentar für haben, ne und das ist noch ein bisschen hin, in den kurzen Weg, ja, kann man sehen Die Pflanze wäre so ein Tier, haha Der See ist etwas, einen kurzen weg hülle könnte auch noch sein so haben wir das ganze eisen jetzt reisen sachen und die und mal reparieren so platz steine kann ich damit zupacken die haben einen platz eisen kohle schwefel stein das soll es auch schon heute gewesen sein ich werde jetzt mal reparieren und dann das überhaupt wieder nachts und dann geht das morgen weiter hier ich kann mal sehen ob wir da noch leveln können wir müssen ein bisschen was anbauen noch hier kommt noch ein balken dazwischen tschüss und tschau tschau bis zum nächsten mal wunderschönen Dank schlaß ich reinschauen tschüss schlaß